So Freunde, also die erste Maske erhöht sich jetzt, Freunde, ich halte jetzt dieses Intro kurz, wir schalten jetzt rein, wer jetzt genau unter dieser Maske ist, ich sage es hundertprozentig eben halt, ich glaube, es ist halt wirklich Thomas Anders ist, vom Style her, von der Stimme her, kann es nur eingeben, der es ist, würde ich sagen, Freunde, also ich halte dieses Intro kurz, diesen Kanal abonnieren, die Glocke zu betätigen, dass ihr natürlich immer die neuesten Reactions habt, also Schnuze halten und rein, Wasser. Es ist Thomas Anders! Und ja, diesen Kanal abonnieren, die Glocke tätigen und das war die kurze Reaction auf die erste Enthüllung.